Hallo zusammen! Ja, das sechste Pader-Duell im neuen Jahr. Ich wünsche euch erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gesund hineingekommen. Leider Gottes müssen wir das Pader-Duell wieder in einer Videokonferenz-Schalte laufen lassen. Ich glaube, ich muss nicht mehr erklären, warum das so ist. Aber trotzdem wollen wir euch natürlich den ein oder anderen Spieler nicht nur von uns, sondern auch von den anderen Sportvereinen näher bringen. Und das geht auch dann mal ausnahmsweise wieder in einer Videokonferenz. Ja, heute geht es um die Uni-Baskets Paderborn. Die haben wir zu Gast. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Aber ich schaue erst einmal auf die Gesamtwertung zwischen dem SCP und den Paderborner Sportvereinen. 3 zu 2 führen die Paderborner Sportvereine also für unseren Spieler heute die Chance nachzulegen. Aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich erstmal von den Uni-Baskets aus Paderborn unseren Gast Ivan Bundic. Er ist 29 Jahre alt, seit 2014 bei der Uni-Baskets, also schon fast Legenden-Status. Seit zwei Jahren ist er Kapitän der Baskets. Ivan, erste Frage an dich. Wie ging es zum Basketball oder wann ging es los mit Basketball? Wie bist du dazu gekommen? Ja, erstmal Hallo an alle. Ich bin zum Basketball gekommen durch meine Eltern, weil die beide auch Basketball-Profis waren. Und deswegen sind wir auch nach Deutschland gekommen. Ja, kurze klare Antwort. Und wie gesagt, du bist erfolgreich bei den Uni-Baskets. Wir haben das natürlich auch im Auge. Und du musst heute gegen einen Stürmer, einen Mittelstürmer antreten von uns. Prinz Wuso ist heute da. 24 Jahre. Seit dieser Saison ist er bei unserem SCP-07. Ihm gilt natürlich auch ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Und gleich auch die erste Frage an dich, Prinz. Du bist ziemlich groß. 1,91 Meter. Hast dich für Fußball entschieden. Wäre Basketball auch eine Variante gewesen? Nee. Fußball war schon immer meine große Liebe. Deine große Liebe. Ich glaube, ich muss euch beiden nicht erklären, worum es geht. Wir stellen Fragen. Immer über den anderen, über die andere Sportart. Es gibt manchmal die Möglichkeit der Schätzfrage. Also so schwer wird es nicht sein. Und wir kommen jetzt zu unserem Quiz. Prinz, du wirst beginnen. Da bin ich jetzt gespannt, ob du das weißt. Weil 1,91 Meter ist das eigentlich eine Frage, die müsstest du beantworten können. In welcher Höhe hängt ein Basketballkorb bei offiziellen Wettkämpfen? Ich gebe dir drei Lösungen vor. A. 2,55 Meter. B. 3,05 Meter. C. 3,85 Meter. 2,55 Meter. Das ist deine Antwort. Antwort A. Nee, leider nicht. Nein, das ist 3 Meter. 3 Meter. Was war das zweite nochmal? 3,05 Meter. Ja, genau. 3,05 Meter sag ich. Bist du sicher? Ich bin mir sicher. Letzte Chance? Letzte Chance. Okay, dann hast du nochmal ganz kurz die Spur gekriegt. 3,05 Meter ist richtig. Weil es war schon ein bisschen niedrig. Das erste Ausrufezeichen. Ja, bei 1,91 Meter hättest du dann doch besser zum Basketball wechseln können. Schauen wir in Richtung Ivan. Für dich die Frage nicht nach Höhe, sondern nach Breite. Wie breit ist sein reguläres Fußballtor? A. 6,44 Meter. B. 7,06 Meter. C. 7,32 Meter. B. 7,32 Meter. Bist du dir da hundertprozentig sicher? Ja. Okay, das ist richtig. 7,32 Meter. Stimmt. Prinz, die nächste Frage. Im Basketball spielt die Körpergröße eine wichtige Rolle. Wie groß ist Ivan Bundic? Tipp für dich, er spielt auf der Center-Position. Ist natürlich bei einer Videokonferenz jetzt nicht einfach. Er sitzt. Da kannst du also jetzt schlecht schätzen. Aber ich gebe dir dreie vor. 1,80 Meter, 1,99 Meter, 2,08 Meter. Ja, aber 2,08 Meter haben wir beide den Himmel vor Augen. Ja, das stimmt. Also, klar, weil er jetzt sitzt, ist relativ schwer. Ja, aber ich sage C. 2,08 Meter. Ja. Da hast du richtig entschieden. Ivan ist schon am Grinsen. 1,99 Meter wäre auch ein bisschen klein. Also, 2,08 Meter. Damit ist das richtig beantwortet. Die nächste Frage an Ivan. Prinz spielte bereits für unsere Nachbarn, also für die Arminia. Für welches Team war er ebenfalls schon aktiv? Der TSV 1860 München, B. der Hamburger SV oder C. Viktoria Köln? Ich denke A. A, der TSV 1860 München? Ja. 100%ig sicher? Ja. Okay, A. Und damit ist das richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Damit bin ich bei der Frage Nummer 3 an Prinz. Seit 2019 ist Steven Esterkamp, Trainer der Baskets. Welche Nationalität hat er? A, britisch. B, US-amerikanisch. C, kanadisch. Britisch. A, britisch. Ja, ich tippe auf. US-amerikanisch wäre richtig gewesen. Diesmal schreite ich schnell ein. Steven Esterkamp wurde in Cincinnati in den USA geboren. Von 2004 bis 2009 war er auch Spieler der Baskets hier in Paderborn. Ja, und damit sind wir auf der Zielgeraden. Frage 3 an Ivan. Trainer beim SCP-07 ist seit 2017 Steffen Baumgart. Welchen historischen Moment erlebte er in Paderborn? A, er wechselte sich als erster SCP-07-Trainer selber ein. B, er sah als erster Trainer in der Bundesliga die gelbe Karte. C, er gewann beide Spiele gegen den späteren Meister FC Bayern München. Ich denke, das war in den Medien drin gewesen. Und das ist B, dass er als erster Trainer die gelbe Karte bekommen hat. Das ist richtig. Ich hätte trotzdem auf C geantwortet. Auch wenn es falsch gewesen wäre, es hörte sich einfach schöner an. Aber herzlichen Glückwunsch, Ivan. So, ich schaue auf das Ergebnis. Ja, und da gehen die Paderborner Sportvereine jetzt schon mit 4 zu 2 in Führung. Prinz, es hat leider nicht ganz gereicht. Ivan war heute nicht zu schlagen. Und deswegen einen herzlichen Glückwunsch an die Uni-Baskets in Paderborn. Wir wünschen euch natürlich, ihr habt das gleiche Problem wie wir. Zuschauer sind im Moment nicht da. Und deswegen für euch aber auch alles, alles Gute für die Saison. Und unsere Spieler vom SCP-07 müssen auch anfangen, hier zu punkten. Sonst sind die anderen irgendwann ganz weit weg. Aber das sehen wir dann beim nächsten Pader-Duell. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Alles, alles Gute und eine schöne Zeit. Und irgendwann sehen wir uns auch wieder live.